hallo ihr lieben ja ihr seht ich komme gerade von meiner sport einheit die vor drei tagen mit meiner freundin bettina zusammen beschlossen haben angefangen mit fünf minuten joggen heute waren es schon 16 minuten nach drei tagen und dann stretching und bauchmuskelübungen ja vielleicht zeige ich euch mal hier ja das häuschen ich sitze gerade im auto weil wenn ihr die bäume anschaut seht ihr dass es wieder riesig windet klar die guten morgen und ja bei meinen übungen heute wo ich so glücklich war ich bin dann so in meinen körper reingegangen und habe irgendwie auch das gefühl gehabt ich muss mich ich muss mich bei meinem körper entschuldigen weil er doch good morning andrea ja weil jetzt habe ich wieder so viel dankbarkeit für meinen körper das konnte ich nicht immer immer empfinden ja ich habe ja vier jahre lang absolut gelitten und man würde das vielleicht aus medizinischer sicht sagen ja das war eine fehldiagnose oder keine diagnose weil ich ja einen schambein fugenriss hatte und der ist bei einem kite unfall in brasilien passiert und das war eine ganz crazy geschichte ich bin dann aus wasser raus die wellen haben mich gewaschen gehabt wie verrückt und ich habe wirklich um mein leben gezappelt weil ich nicht damit gerechnet habe dass die wellen so groß sind und dass dass ich da drunter komme ich habe nicht geachtet ich hatte riesige angst um meinen sohn mit dem ich zum ersten mal der war 14 alleine nach brasilien zum kiten bin und ich habe immer mich so umgedreht und immer geguckt wo er ist und dann habe ich nicht nicht geachtet dass da die wellen von vorne kommen und dann haben die hatte mich wirklich gepackt und verschlungen mit dem kite unter wasser gezogen ich konnte mich mit den vom ganzen material trennen war total happy bin dann hoch geschwommen und dann hat mich die erste welle gewaschen und da bin ich so erschrocken habe gezappelt wirklich hatte echt todesangst und dann die nächste welle und es ging so vier mal und dann war ich an land am strand und bin aufgestanden habe gedacht wow ist nichts passiert aber irgendwie habe ich gewusst irgendwas ist nicht in ordnung irgendwas ist nicht in ordnung und ich habe ich habe irgendwie nur das gefühl gehabt aber es war alles hat sich alles normal angefühlt war alles war alles okay und aber das gefühl hat mich nicht losgelassen dass irgendwas nicht in ordnung ist und es war nach einer woche brasilien wir hatten noch zwei wochen kite urlaub vor uns und ich hatte immer rückenwehe immer mehr rückenwehe und mir ging es irgendwie nicht gut da bin ich nach hause gekommen und bin zum arzt und so und ich will es nicht so lange machen ich dachte halt das wäre rückenwehe weil ich hatte früher immer rückenwehe schon zwei bandscheibenvorfälle aber das ist immer weggegangen und da dachte ich mir das geht dieses mal auch weg und es ist nie weggegangen es wurde immer schlimmer und schlimmer bis dann mein ganzer körper unstabil wurde und die wollten meinen rücken operieren ja und dann habe ich halt irgendwann mal gesagt okay ich will mich nicht operieren lassen ich weiß es ist nicht das und dann kam ganz viele andere sachen weil mein körper dadurch dass das schambein nicht mehr stabil war das ist ja da wo der körper zusammengehalten wird quasi ist alles außer aus der balance gekommen meine wirbelsäule hat sich so gekrümmt ich bin dann ewig lang rum gehumpelt und hatte wirklich 24 stunden am tag schmerzen und ich habe mir keine pause gegönnt ich hatte damals noch das hotel als anderes business habe noch mein business consulting gemacht im quality management für hotel unternehmen bei uns und bin rumgehumpelt musste mit dem hund gehen und habe mein ganzes leben unter schmerzen irgendwie durchgepeitscht und jetzt im nachhinein weiß ich natürlich dass das absolute lieblosigkeit war dass das absolute verachtung meiner selbst war dass das genau dem entsprochen hat was ich mir gedacht habe wer ich bin ja jemand der sich durchbeißen muss jemand der die gefälligste zähne zusammenbeißen muss jemand der sich nicht so anstellen soll jemand der gefälligst seine pflichten erfüllen muss jemand der sich nicht erlauben kann einfach sich nur hinzulegen und auszuruhen und wonach mein körper sich einfach nur gesehnt hätte weil schammeinfugen wachsen zusammen wenn man ihnen ruhe gibt ich hätte ich hätte krücken nehmen sollen und so weiter und so fort das weiß ich alles aber da bin ich gar nicht hingegangen das war nicht in meinem mindset meine mindset war weiß dich durch das geht schon vorbei und dieses große leid dass ich mir selber auch noch on top auf mein emotionales leid ja wo ich gefühlt habe ich bin ich bin ich bin nicht geliebt und niemand unterstützt mich ich muss alles alleine machen es hängt alles an mir und ich kann nicht mal mich ausruhen wenn wenn ich schmerzen habe und ich muss das alles aushalten und ich muss immer weitermachen und dieser mindset der hat mich tatsächlich dazu getrieben dass ich fast vier jahre lang durch das leben gehumpelt bin mich geschleppt habe jeden tag zweimal mit dem hund gehumpelt bin keine hilfe angenommen habe im hotel noch rumgerannt bin und alles gemanagt habe unter höchsten größten schmerzen das kann meine jetzige version kann sich das gar nicht vorstellen wie sich ein eine version wie sich jemand sich das alles antun kann aber diesen höhepunkt musste ich offensichtlich von leid erreichen der der mich auf diesen weg getrieben hat zu erkennen wie alles funktioniert zu erkennen wie ich alles kreiere und als ich da heute meine übungen gemacht habe und und mein körper so lieben konnte und einfach so dankbar sein konnte dass ich dass ich mich so gut jetzt bewegen kann dass ich so so geschmeidig bin und ich meine ein yogi oder jemand der regelmäßig übungen macht wird sagen die frau ist total steif aber ich habe mich so geschmeidig gefühlt ich habe mich so leicht gefühlt ich habe mich so geliebt gefühlt und so unterstützt und da habe ich einfach zurückgedacht in diese version die damals so hart war so so bestraft war vom leben so gelitten hat zu leiden musste ja das war ja ich war ja die die leiden musste ich war ja die für die das leben einfach nur leid vorgesehen hat und ich konnte da nicht raushüpfen ich habe auch niemanden gefunden ich habe tausend heiler besucht und habe heil dr joe dispenser und gemacht und getan aber der mindset war du bist nicht gut genug du 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 probierst alles du arbeitest zu hat aber siehst du du bist eine die keine ergebnisse bekommt und du machst alles du reist dorthin du gibst geld aus du investiert und schau mal niemand kann dir helfen und diesen mindset habe ich habe ich weitergetragen und weitergetragen und weitergetragen und immer weiter gesucht natürlich gedacht das kann doch nicht sein dass ich die bin die 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 so leiden muss ich kann doch nicht sein dass das für mich keine gnade gibt ja ich habe um gnade gebeten ich habe um gnade gebettelt heute weiß ich wen habe ich angebettelt ich habe mich selber angebettelt dass ich mich endlich begnadige dass ich mir die gnade gebe gut genug zu sein und das konnte ich mir erst geben als ich gemerkt habe und dass ich verstanden habe dass wir alle divine design sind und ich habe das gelernt tatsächlich von den christen aber ich habe gedacht das kann nicht sein ich glaube nicht an einen gott außerhalb von mir und dann habe ich das alles so genau untersucht wie es funktioniert und wie es gemeint ist und habe die ganzen spirituellen lehren zusammengetragen und habe diesen einen gemeinsamen nennen gefunden und das ist ich bin göttlich ja und es reicht auch nicht zu sagen ich bin gott oder der gott sondern ich bin göttliches design und das ist meine höchste version das ist mein wahres design und es gibt zu das gilt es zu lieben bedingungslos mein göttliches design und wenn ich aus diesem human design aus diesen menschlichen beschränkten vorstellungen eben wie ich muss leiden man muss leiden und es ist halt so und keiner hilft mir ich bin allein wenn ich da raus springe und in dieses divine design mir erlaube bedingungslos einzutreten weil das bin ich doch gewesen bevor ich hier human designed worden bin bevor aus meiner göttlichen baby frucht ein mensch gemacht worden ist der in die in die gesellschaft passen muss der in meine familie passen muss der passend gemacht werden muss für das bildungssystem und so weiter und so fort da war ich doch divine design und als mir das so klar wurde als mir das wirklich konnte ich mir alles erlauben ich konnte mir erlauben diesen ganzen alten geschichten die alten definitionen über mich meine identität über meine persönlichkeit konnte ich komplett loslassen und mit diesem loslassen ist plötzlich eine riesengroße selbstliebe aufgepoppt in mir die ja schon immer da war die ich aber nicht erlaubt habe weil ich in diesem human design denken funktioniert habe und das ist jetzt das was ich euch mitgeben will dass es einfach nur die logik braucht für unseren verstand dass der verstand einfach wissen muss man du hast hier in einer falschen welt gelebt die dir nicht entspricht die die deiner wahrhaftigkeit nicht entspricht und wenn du diese falsche welt verlässt und in dein divine design eintritt in diesem moment wird alles leicht wird alles liebevoll ja und das ist diese bedingungslose liebe und das ist eigentlich das was uns alle sozusagen von dem leid befreit ja und diese vorstellung dass es eben um ein divine design geht das das in uns lebt und das das einfach divine ist das einfach perfekt ist das einfach bedingungslos geliebt wird dass da nicht keine bedingung dran ist warum weshalb ich geliebt werde sondern ich bin hier gekommen in einer bedingungslosen liebe und das bedeutet ich werde bedingungslos geliebt und wenn ich das in mir generieren kann und dieses wissen habe so dass dieses körpergefühl sich generiert dass diese welt ansicht sich generiert und sagt ich bin einfach nur belogen und betrogen worden alles schlimme ist mir vorgegaukelt worden alle ängste sind geschürt worden alle zusammenhänge das gefahr lauert sind mir gegeben worden aber im prinzip brauche ich diese zusammenhänge und diese ängste überhaupt nicht stören sondern kann einfach in diese realität zu gehen die gedacht ist für uns in der alles in höchster bester liebevollster ordnung ist und wenn ich da eintrete dann bin ich in diesem sogenannten feld aber nicht in irgendeinem feld weil es gibt ja hunderttausend felder das heißt es gibt hunderttausend räume mit energien drin aber wenn ich in diesem göttlichen raum in diesem göttlichen feld bin dann entspricht mein denken mein fühlen und mein handeln einer höchsten perfektion die bedingungslose liebe bedeutet und wer sollte nicht sagen dass mein körper höchste perfektion ist in diesem raum ist mein körper höchste perfektion und wenn ich das fühlen kann und für mich glauben kann dann folgt die manifestation meiner höchsten perfekt perfekten vorstellung und das ist nicht nur beim körper so das ist bei allen anderen sachen auch so es gibt nichts was außerhalb von dem raum den ich eröffne in dem ich mich befinde entstehen und bestehen kann und wenn ich jetzt weiß dass der höchste raum der höchste raum der höchsten liebe der höchsten perfektion der höchsten fülle der höchsten grenzenlosigkeit mir zur verfügung steht und ich einfach bedingungslos da rein hüpfen kann und dort eintreten kann mir diese brille die sichtweise nehmen kann die dort ist und diese sichtweise und diese gedanken hinterher ein körpergefühl ein lebensgefühl eine lebensanschauung nach sich ziehen die genau dem entspricht wer ich bin und das ist der weg das ist dieser prozess und ich bin mittlerweile sehr sehr überzeugt dass wir auf aus diesen gründen in dieses große leid rein ganz tief rein ich meine das sagt man ja auch oft irgendwie bei bei abhängigkeiten bei alkoholismus die leute stehen dann auf wenn sie ganz unten sind wenn wenn sie den den tiefsten boden erwischt haben und dann stehen sie auf weil weil sie sich dann erlauben aus der scheiße wie phönix aus der asche sich zu erheben weil ganz also geil oder gar nicht ja weil du dann an einem punkt angekommen ist wo du sagst ich gebe jetzt alles ich gehe all in entweder werde ich diese person die ein geiles leben führt und ich habe keinen bock mehr und das war bei mir auch so aber diese krasse entscheidung die muss gefällt werden und ich muss bei dieser entscheidung bleiben damit ich nicht immer wieder diese spirale nach unten oder zurück in dieses human design leben in dieses human design leben gehe sondern ich muss immer wieder nach oben gehen nach oben gehen in mein divine design und einfach sagen ja den raum den ich kreiere den ich eröffne für mich und für mein leben für meinen liebsten für meine kunden für meine klienten für mein hund den halte ich in höchste perfektion und wie halte ich diese höchste perfektion indem ich sie sehe indem ich sie erkennt indem ich sie wahrnehme indem ich sie spüre und indem ich meinem verstand sage dieser unterschied zwischen divine design was ich wirklich bin und human design was mir vorgegaukelt wird wie beschränkt und wie minderwertig und wie unterdrückt ich bin wenn ich in einer human designten also von menschen designten welt mich bewege und versuche mich dort einzupassen und permanent merke das entspricht mir nicht das entspricht mir nicht das entspricht mir nicht das entspricht mir das ist nicht meins ich muss mich verdrehen ich muss mich muss mich passend machen das tut weh weil es eben nicht der wahrhaftigkeit entspricht wie ich tatsächlich leben kann und nur allein der gedanke dass ich mich wegen dem geld verbiegen muss dass ich mich wegen der gesellschaft wegen der sicherheit wegen dem rückhalt aus der gesellschaft verbiegen muss damit ich diese unterstützung bekomme die an alle bedingungen geklebt gebunden ist das ist eine verdammte lüge weil ich kann mir alle sicherheit alle unterstützung selber kreieren die manifestiert sich dann in meinem raum wenn ich in diesem raum bin wenn ich die frau bin die weiß dass sie bedingungslos unterstützt ist und die weiß dass sie keine manifestation da draußen sehen muss um sich bedingungslos unterstützt zu fühlen weil ich weiß das göttliche prinzip unterstützt mich ich kann mich an dieses göttliche prinzip anlehnen ich kann mich da hineinlehnen und ich kann einfach diese unterstützte geschützte sichere versorgte frau sein weil ich bin versorgt von einer energetischen vorstellung die ich generiere lasse das mal auf der zunge zergehen ich bin versorgt von einer energetischen vorstellung die ich kreiere und diese energetische vorstellung kann in form von menschen sein diese energetische vorstellung kann in form von situationen sein und das ist das was gemeint ist du musst nicht wissen wie die form in welcher form es kommt weil die form kann dir völlig egal sein wenn du dich entspannt in diese energetische vorstellung deiner höchsten energie deiner höchsten unterstützung deiner höchsten wahrheit deinem höchsten divine design und das ist das was ich mit divine design meine da kann ich mich reinlegen da bin ich unterstützt da bin ich geborgen da bin ich behütet und da bin ich beschützt und wenn ich da raus springe wieder ins human design wo ich dann sehe da ist noch niemand es kommt ja keiner mein alle meine freunde haben sich abge abgewendet wenn ich das dann sehe dann bin ich nicht mehr im divine design wenn ich dann sehe dass vielleicht die kacke am lampen ist und vielleicht sogar noch irgendwelche anderen probleme auf mich warten dann kann ich doch nicht in diesem human designten raum bleiben wo die probleme sind dann muss ich mich erheben in mein divine design muss die welt aus divine design augen sehen und dort gibt es eben die lösungen und nicht die probleme und dann liege ich da in meiner göttlichen energie und empfange die lösung und dann kommt sie aber ich muss nicht wissen wie ich muss nur wissen dass und das spüre ich an meinem körper und das spüre ich weil mein körper meine gedanken lesen kann und sie als gefühle interpretiert und dann fühle ich mich wohl dann fühle ich mich sicher dann bin ich im vertrauen und dann bin ich im divine design und dann erwarte ich nur noch das beste für mich dann erwarte ich dann weiß ich bin versorgt und dann wenn ich das weiß dann bin ich dort angekommen wo ich sage wow ich bin immer sicher und versorgt jetzt kann ich das leben erleben jetzt kann ich die geilen sachen erleben jetzt ist geld oder was sachen kosten oder ob ich es mir vorstellen kann dass ich das erlebe oder nicht das ist völlig irrelevant ich treffe einfach diese entscheidungen wie mein leben ist und wie mein erleben des lebens ist und dann bin ich in einem die weinen design leben angekommen das mich erhoben hat aus dem human design wo ich dann einfach sagen kann leute euer spiel spiele ich nicht mehr mit leute ihr könnt mir filme des desasters zeigen ihr könnt mir sachen erzählen dass ich nicht geschützt bin dass ich von krankheit dass krankheit irgendwo lauert dass armut lauert auf mich dann sage ich nein sorry i'm not here ich bin in meinem divine design da laufen andere regeln da läuft meine energie da ist mein raum da ist mein universum und da ist es so gestaltet wie es mir wahrhaftig entspricht und nicht irgendwelchen geschichten der beschränkung des mangels und der begrenzung der gefahr und des flight and fight das gibt es nicht im divine designer gibt es kein flight and fight ja da gibt es nur wahrhaftigkeit da gibt es nur sicherheit da gibt es einfach diese energie die ich nicht sehen muss und das muss ich meinem verstand beibringen ich muss es nicht sehen ich muss nur wissen dass es da ist und das ist eines der schwierigsten sachen dem verstand beizubringen aber wenn ich ihm die ganze den ganzen zusammenhang erkläre wer ich bin wie das entstanden ist warum ich gedacht habe dass ich nicht gut genug bin warum ich gedacht habe dass ich mich anstrengen und leiden muss und in diesem leben zu existieren dann erkläre ich denn das und dann erlaubt er mir bedingungslos in mein divine design reinzugehen und das ist das was ich mache das ist das was ich in meinen coachings tue und zwar so lange erkläre bis sein verstand klick macht und sagt das ist die absolute wahrheit ich habe sie eigentlich schon immer in mir getragen aber ich war so ein bisschen noch abgelenkt durch die scheiße da im außen die ich gesehen habe und die dinge die ich geglaubt habe die lügen die ich für wahr gehalten habe aber jetzt hat klick gemacht und jetzt sehe ich die wahrheit und die wahrhaftigkeit ich sehe wie ich mir ein geiles 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 extraordinary außergewöhnliches leben kreieren kann weil ich mir erlauben kann diese extra oder außergewöhnliche persönlichkeit zu sein und die regeln weiß wie außergewöhnliches leben die beiden sein funktioniert und ich bereit bin das anzunehmen auch wenn ganz ganz viele andere menschen scheinbar mir zeigen dass es nicht so ist weiß ich dennoch dass es so ist und das ist für mich das was ich euch hier mitgeben will diese tools diese denkweise diese ansichten und die leute die mit mir länger gearbeitet haben die haben das genauso verkörpert weil es nicht irgendein wuchzeug ist das ich mir ausgedacht habe sondern weil das die wahrheit wahrhaftigkeit der schöpfung ist die einfach so funktioniert und wenn ich das weiß dann kann ich auch endlich mal das paradies erschaffen weil ich bin halt eva die auf die schlange gehört hat habe mich aus dem paradies vertreiben lassen habe gemerkt dass die schlange verdammt noch mal mir nur lügen geschichten erzählt hat und mir scheiße vorgegaukelt hat schlag der schlange den kopf abspringen wieder ins paradies und denke mir what the fuck wieso habe ich auf diese verdammte schlange gehört die hat doch nur lügen erzählt ich war im paradies und ich gehöre ins paradies ich bin im paradies ich bleibe im paradies das ist punkt ende aus amend so ihr lieben und jetzt ist meine liebe freundin bettina ein wunderbares müsslich für mich kreiert für uns kreiert werden wir jetzt essen und dann werden wir uns diesen großen wind hier mit unseren kite segeln hingeben und das live leute so ist es so lebt so darf man leben wenn man möchte und why not wenn es möglich ist es für uns alle möglich wir müssen nur aus diesem verdammten jungen design aussteigen und zwar bäm 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 und nicht irgendwelche bücher und über beschränkungen und warum nicht und warum geht es nicht und ich bin so und so konditioniert und was heißt hier mein mein gen key und was bedeutet das das ist zeitverschwendung in meinen augen ich meine es kann ein weg sein aber das ist für mich so labyrinth ich renne so lange im labyrinth rum bis ich den ausgang gefunden habe wenn ich aber jetzt hier bin und dir den ausgang sofort zeigen kann warum solltest du darauf bestehen noch irgendwie äh monate jahre wochen in einem labyrinth rumzuhüpfen in dem du eigentlich nur zeit verlierst um hinterher den ausgang zu finden und zu sagen oh mein gott da hätte es jetzt echt mal eine richtig geile abkürzung gegeben ja und das ist ich gebe dir die abkürzung weil ich bin für dich hunderttausend labyrinth durchgelaufen ich habe für dich hunderttausend leiden gelitten ähm du kannst mir einfach glauben es geht schneller es geht kürzer dein verstand frisst es wenn er die richtige argumentation bekommt und er braucht sie halt ganz ganz oft und immer wieder damit das alte was du geglaubt hast mit dem neuen was du dir jetzt erlaubst über dich über die welt über dein divine design zu glauben überschrieben wird das ist der prozess ich nenne den divine design reise sie ist geil sie macht spaß und sie führt dich ins paradies also bis bald tschüssi 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 tschüssi